Mein Name ist Gabriel Ehle. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Kunstgalerie Gapnedi. Ich male meine Bilder mit sehr viel Liebe und gestalte sie mit verschiedenen Techniken und freue mich jedes Mal über das Ergebnis. Aus dieser Kombination heraus sind es für mich Kraft, Glück, Lichtbilder geworden und ich möchte Ihnen hiermit ein Stück Kraft, Glück und Licht mit auf den Weg geben. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag. Ihre Gabriel Ehle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Gabriel Ehle. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Kunstgalerie Gapnedi. Ich male meine Bilder mit sehr viel Liebe und gestalte sie mit verschiedenen Techniken und freue mich jedes Mal über das Ergebnis. Aus dieser Kombination heraus sind es für mich Kraft, Glück, Lichtbilder geworden und ich möchte Ihnen hiermit ein Stück Kraft, Glück und Licht mit auf den Weg geben. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag. Ihre Gabriel Ehle. Musik. 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 Das war's für heute. Das war's für heute.